Der Winter war irgendwie anders. Ich bin vor Herausforderungen gestanden, die ich so vorher noch nie erlebt habe. Sie hat einen Sprung geplant, den sie noch nie in einem Contest gezeigt hat. Sie möchte sobald wie möglich in einem Freeride Contest ihren ersten Wegweg machen. Ich hatte meine Kindheit mit meiner Familie. Ich bin hier in den Bergen unterwegs. Vor allem das Snowboard im Winter ist ein großer Teil unseres Lebens. In den letzten Jahren habe ich dann angefangen, Freeride Contest zu fahren. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich das Contest Format nicht ganz mit meinem persönlichen Riding verbinden lässt. Deswegen habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt. Was bedeutet der Sport eigentlich für mich? Auf der anderen Seite? Herzlichen Dankeschön! Hallo! Glückwunsch. Da ist es. Das ist gut. Das ist gut. war das noch unvorstellbar für mich. Jetzt kann ich es einfach. Auch wenn die Conditions manchmal echt kacke sind, solange ich mit meiner Familie und meinen Freunden unterwegs bin, haben wir immer eine gute Zeit. Komm Molli, du schaffst das. Abbeißen. Super. Oh, ich hab mich so gar nicht gesehen. Du bist so ein Traumschlag. Danke. Boah, das ist kalt! Oh, wow, das ist wirklich störend. Wow. Oh, wow. Das ist wirklich störend. Wow. Oh, no! Ich bin ein Wettbewerb. Das war nicht, dann doch fließt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin schon Touren gegangen, da hat es noch gar keinen Turn-Ski gegeben, zumindest nicht für Kinder. Papa hat immer unterwegs und hat coole Sachen gemacht. Er hat uns einfach mitgenommen, seitdem wir gehen können. Ich glaube, das erste Ski war tatsächlich auf der Granatspitze von Rudolfs Fütte. Granatspitze der Dreitausender mit dem Splitboard. Da hat sich natürlich auch als einziges Mädel in einem reinen Männerhaushalt sozusagen als Kind durchgemessen. War wahrscheinlich auch nicht immer einfach. Also für mich war das normal, dass ich mit dem Papa und zwei Brüdern aufwachs. Ich glaube, durch den Kindergarten, durch die Volksschule, das hat dann eher präsent geworden, dass ich keine Mama habe, weil alle anderen das schon gehabt haben. Es hält schon zusammen. Ich denke mir, dadurch, dass wir das seit klein noch zusammen machen, sind wir halt so zusammengewachsen. Es ist halt alles so gewachsen. Du siehst halt auch den Fortschritt. Und jetzt haben sie mich mittlerweile überholt. Ja, das ist halt ein bisschen, aber auch schön. Ja, also wenn sie dann besser irgendwann sind, als man selber. Und auch so bei ihrem Tun, was sie macht, bin ich immer voll dahinter. Es fällt ja keine Blödsinn ein. Also keine Blödsinn, die ich nicht machen werde, sagen wir es auch. Blödsinn fällt es schon ein. Blödsinn 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 Musik Musik Die Folge auch so, wie, ist die Gude. Danke. Weil da fliegt bei anderen, wenn er was Sachen genauso gut hat. Wie findest du das mit den Freeride-Competitions, also dass die Oli jetzt mitfährt bei den Open Faces? Der Name Freeride und Contest, das widerspricht ja schon mal, weil das ist überhaupt nichts Freer, sondern das ist ein Format dann im Endeffekt. Es ist für mich halt oft ein bisschen die Wertigkeit. Es ist für Snowboarden nicht super, muss man sagen. Die Freeride-Contests, wie sie jetzt sind, sind keine Snowboard-Contests. Ist sie da? Ja! Hi! Willst du gehen? Hallo Oli! Alles gut? Hey! Was hilft? Geil! Geh auf die Terrassen? Ja! Oli, du bist auf den Winter Couple Arc mitgefahren? Wie ist der da gegangen? Oh ja, Kappel! Das war echt eine schwere Partie, würde ich sagen. Zuerst ist verschoben worden und dann war es weiter wieder nicht gerade angesagt. Aber sie haben es dann trotzdem durchgezogen. Dann bin ich drei Stunden oben beim Start gestanden und habe gewartet, bis ich endlich fahren da ein Fall nebelig war und man halt nichts gesehen hat, gar nichts. Und ich habe eigentlich schon wieder mit abgeschlossen, weil man sich ja okay, das findet nicht statt. Und dann in den letzten Minuten ist es doch noch zugesagt worden. Dann wollte ich halt einfach mal allein, nur flüssig und schön einfach abgefahren. Ich habe mir nichts Großes vorgenommen. Olivia Riedl. Sie möchte so bald wie möglich in einem Freeride Contest ihren ersten Backflip machen. Sie steht so gut am Brett. Sie steht super am Brett. Du siehst richtig, dass sie einfach den Felsen aussuchen. Auch hier beim Kicker. Fährt sie nicht drüber und außen rum? Oh nein! Was ist da passiert? Aber da weiß ich vielleicht gescheiter Abbruch gefahren. Was ist da passiert? Das ist so g'nervendig, wenn ich scheiß Kicker nachwiesen, da hätte ich das noch ein Bergklub machen können. Das hat mich dann schon lange beschäftigt. Also die Bedingungen sind meistens, weil ich komme es nicht so nice. Also als Kind habe ich mein Leben als Profiathletin schon cool vorgestellt. Aber mit der Zeit habe ich halt auch verstanden, was für Schwierigkeiten das mit sich bringt. Gerade im Hinblick auf Verletzungen. Und Skifahren ist für mich immer ein safe place, wo ich loslassen kann. Und wenn das zu meinem Beruf wird, kann ich mir vorstellen, dass da viel Druck dazukommt und Erwartungen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr so ein safe place für mich ist. Ja, auch wenn ein Couple so schief gelaufen ist, war halt dann Alpbach dann eine Belohnung für dich, oder? Weil du bist richtig gut gelaufen, oder? Die Olivia hat da auch schon einen ordentlichen Trail, eine ordentliche Spur im Freeriden hinterlassen. Es könnte sein, dass wir heute eine neue Kette sehen. Weil sie hat einen Sprung geplant, den sie noch nie in einem Contest gezeigt hat, den sie regelmässig beim Freeriden zeigt. So viel Motivation. So ehrgeizig ist sie, sagt sie ja immer, sie fährt nicht gegen ihre Konkurrentinnen, aber sie setzt sich ihre Challenges möglichst schnell zu fahren oder möglichst grosse Felsen zu hupfen. Und noch einer! Und der stellt sich auf die Füße! First ever backflip in the women's nursery field in open faces in 10 years history! Bravo Olivia Riedl! Oh mein Gott! Standing ovations! Nehmen uns die Choser springen von ihren Stühlen und hüpfen und gratulieren jetzt schon! Zertet es eigentlich, Oli, dass du jetzt sozusagen mit dem Komfort eine Vorbildfunktion für die Jüngeren einnimmst? Zahn ist relativ. Also ich sehe mich grundsätzlich nicht wirklich in einer Vorbildfunktion. Ich finde vor allem an Jüngere oder an Kindern würde halt einfach gern eher die Lebensfreude weitergeben und einfach das, dass sie einfach auch das machen können, was sie wollen und worauf sie Lust haben. Und dass sie sich ja nicht einschüchtern lassen sollen, dass alles möglich ist einfach. Das finde ich wichtig. Wenn ich es auf den Punkt bringen soll, bedeutet Sport für mich einfach Spaß haben. Ich glaube einfach Spaß haben und mit den Menschen zu sein, mit denen ich auch gern unterwegs bin. Und einfach strahlende Gesichter sehen und jeder ist gut drauf und alle sind glücklich. Ich glaube, das ist eigentlich der Sport für mich jetzt. Mein ideal ist bei dir. Mein ideal ist bei dir. Mein ideal ist bei dir. dug 재h labour Untertitelung des ZDF, 2020